Oh mein Gott, tat er mir leid. Er hat das wirklich instant aufgegeben, man. Mann. Jetzt. Kim Chen Un. Das klingt nach einem sehr, sehr asiatischen Namen. Der hat sich schon aus dem Staub gemacht. Pam. Papio. Der ist vorbei mit dem Sneaken. Ja. Guck mal, wie er sich anschleichen wollte von hinten. Gibt's doch gar nicht. Hier fährt sogar einer. Dann lass mal schnell zu dem hin. Oh je, das wurde jetzt, das wurde jetzt eine Aktion, ey. Habt ihr gesehen, was das für eine Aktion war? Wie er einfach so aus, mitten auf der Straße anhält und aufsteigt. Beste Taktik ever. Was für ein Gamer muss man sein, um sowas zu sagen? Ah, shit. Wieso hat der eine große? Wieso hat der eine große? Ey, den Griff werde ich auf jeden Fall jetzt immer spielen. Thumbgrip. Der war jetzt mega. Habt ihr gesehen? Kein Rückstoß mit der Waffe. Hier läuft einfach einer mit einer große rum. Der hat wahrscheinlich den Drop bekommen, ne? Oh, fuck, hier hat irgendwas angehalten. Ja, okay, da. Ja, ich muss hier weg. Es sind zu viele Leute, die gerade auf mich ballern. Ja, dann lass den einfach hier unten pushen. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob der das ist. Da war noch einer, ey. Was geht denn hier ab? Von wo kommen die denn alle? Das war der Typ von vorn mit seiner M24, der da noch gelandet ist. Ich dachte schon, jetzt habe ich wieder irgendeinen Soundpack oder so, dass ich noch Sachen höre. Cool, ey. Die große ist echt ein Biest, Mann. Die zersäbelt die Leute richtig. Ich glaube, ich nehme mir nochmal ein bisschen mehr Muni mit, weil die so schnell weg ist immer. Oh, okay. Ich muss noch ein bisschen mehr tun. Sein Haus ist leider noch mit dabei, sehe ich gerade. Oh, der hat glaube ich nicht viel Ahnung, der Typ. Oh shit. Wie der in seinem Haus rumsneakt, ne? Der sah nicht gerade aus, als würde der viel können. Deswegen bin ich jetzt einfach reingerannt. Wie konnte ich den gerade nicht treffen? Der hat meinen Helm zerstört. Fuck. Oh oh, Jumel. Der hat meinen ganzen Helm kaputt gemacht, guck dir das mal an. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich habe seinen Helm glaube ich auch kaputt gemacht. Ich sehe eben noch sechs Leute, ey. Nicht gerade wenig. Da ist ein Einerhelm. Das Gitter. Aber er konnte mich ja halt auch treffen, so. War ein bisschen seltsam gerade. Er ist genau in der Zone drin. Ich glaube es auch, Mann. Oh, der steppt wieder. Sauber. Jetzt hole ich mir das Haus. Ist jetzt mein Haus. Das ist ja einer am Haus drin. Wehe, der kommt hier die Treppen hoch. Oh, hier kann man gar nicht hoch. Fuck. Ich bin tot. Doch nicht. Ich lebe noch. Ich bin tot. Ey, meine Helme sind auch mal auf neun. Neun. Fuck, Mann. Was sagt die nächste Zone? Theoretisch bin ich noch drin. Eine Taktik, mit der niemand gerechnet hat. Ne, ich nicht mal ich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann den nicht abschießen. Ich kann ihn nicht abschießen, Mann. Es geht nicht. Es geht aber nicht. Ich kann ihn nicht abschießen. Oh, shit. Ich hätte ihn von hier abschießen können. Seine Nate kann halt rein, ne? Ich kann ihn nicht abschießen. Ich kann ihn nicht abschießen. Ich kann ihn nicht abschießen.